Denkbeutel? Heute schon ausgemacht? Ich frag nur... Werd bitte schnell gesund. Was läuft? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Warum macht Hugo nicht mehr bei der Food Challenge mit? Er hat seine eigene Food Challenge gestartet und hat sich einen Döner geholt, der ihn ins Krankenhaus befördert hat. Er hatte eine schwere Lebensmittelvergiftung und scheidet damit bei der Food Challenge aus. Ich bin kranklos. Ist vielleicht auch ganz gut, dass er bei der No Food Challenge nicht dabei ist, sonst hätte er die wieder mittendrin abbrechen müssen oder so. Alter Onni! Super! Das ist mein Teamkamerad. Du hast dich vorbereitet, du hast deinen Magen gedehnt gesagt. Super geil, dass ich einen Echsenmensch an ihrem Team habe. Der hat in 15 Minuten 15 Kartoffelpuffer mit Apfelmus gegessen. Zeigt mal deinen Bauch. Der Strobl ist dabei, trotz dessen, dass er an der Boxkampfvorbereitung ist. Alter, heute hier ist Moblez. Jetzt Porter Fl 없고 sind also drin auf, sie Lantern. Ich bin für jeden Schritt zu haben. Wir machen Kopfarmdrück, es hat sich Ronny ausgedacht. Ich drück noch zuerst. Ich muss erst mal drücken. Okay, ich will erst mal drücken. Ich probiere mal. aber das muss man auch mal sagen olympia dabei zu sein ist auch hat er einen schlaganfall die das auch kommt so schwarz-weiß und schon wieder ist die kurke kaputt gegangen und genau deswegen habe ich den superdicer kaufen sie jetzt den superdicer und wenn sie jetzt anrufen kriegen sie dazu noch den zweiten superdicer gratis dazu ich kann das auswendig weil ich mir das nachts ja wo ist elie aber vergiss die eis seite wir haben uns komplett falsch verstanden ach so ach so ach so okay ja ist ja wahrscheinlich irgendwie so ein auf iglos das ist so krasser so klein ist das noch was heißt aber die aus ich fühle mich so fresh und fly man ich bin fast viele denken dass ich 163 bin aber der einzige wirklich aber das versteht keiner der mann ist zwei zentimeter größer als ich denke es ist so viel das ist nicht das sieht so süß aus und das sieht verächtig aus onni wie groß bist du 166 ja dann ist aber platte so 168 glaube ich der wurde gefragt wo war denn die lara der song war ja die lara hat jetzt locken das war halt froh hart weil er grüne haare hatte er titel geändert die lara mit barz ich muss halt die lara jetzt denken wenn ich sie sehe glaubst du stegi kriegt einen steifen wenn er mich sieht oh mein gott rohart bruder was hast du da gemacht die sind ja richtig grün musstest du die vorher blondieren ja bruder guck mal was mir für erste bilder geschickt werden statement zu roharts diebstahl bei roharts ist es ein gag was er am ende immer klaut diesmal hat er aber das von mark gebauer persönlich ausgesuchte parfum für 200 euro für noah das hat er mitgenommen er hat die schutzhülle abgezogen packung aufgemacht parfum raus packung wieder zu schutzhülle drüber so dass noah erst sehr spät verstanden hat als geklaut wurde er hat seine airpods max verloren oder die wurden ihm auch geklaut die schicksal hat einfach meine airpods pro max geklaut es muss einen zweiten langfänger ich habe von unten eine ganze packung und tee geklaut die gehören nicht zu uns das ist der laden nein das ist zwei stöck weg unten das ist ein normaler laden ach so kann man das rausschneiden stellt euch rohart bitte vor mit anzug krawatte so der hier guck dir das an wenn rohart sich so stylen würde ey bitte sagt mir im chat was geht denn da ab einfach rohart gebauer an der körpergröße können wir nichts ändern er bleibt trotzdem ein kleiner mann aber das hier unten aber der könnte mit mir holen verkauft dieses bild das stellt alles in den schatten diese präsent wenn der sich umdreht und meine fresse sieht der wird doch so durchdrehen miki dein display ist krass wie schwer warst du bitte das ist bearbeitet warum denken alle dass ich so mal aussah boah ist das vermastet das ist auch das ist auch bearbeitet aber das bild kommt halt real rüber und das nervt mich das bild ist zum beispiel echt aber ich stehe da unverurteilhaft weil ich meinen bauch vorne rausdrücke und kein bart habe ich bin dran bin ich fett oh mein gott bin ich miki ich werde jedem video am essen und reakt im video wie ich am essen bin ich bin wieder da endlich mal wieder aus der zeltal es ist jedes mal das gleiche wisst ihr warum es ist weil ich ja im normalen leben auch nicht permanent so rumschreie dann schrei ich jedes mal fängt die hier mit kotzen jeder stream fängt mit kotzen an den ich hier mache hey wir haben anscheinend einen hit produziert mit julian bem meine jacht ist so groß wie das haus wo du wohnst bis zum mond wenn streaming und so nicht geklappt hat bei knossi dann würde knossi jetzt halt für real so schlager machen und so fernsehgeraten und so auftreten das würde so zu ihm passen er würde auch diese frisur tragen und so er würde genauso aussehen weil ich habe natürlich auch von der internetwelt wieder nichts mitgekriegt wie heißen die alle die neuen content creator wie heißt der eine ja ich hätte nicht gedacht dass klossi so viel mitbekommen hat die lara habe ich kennengelernt ich habe sie gar nicht gekannt bei der happy slice bus tour sage ich abends meiner frau morgen kommt die die lara da dachte ich eigentlich die heißt die lara weißt du so die lara kommt mal wie die lara welche lara ne lara sagt die hä hat die grüne haare sag ich ja ah von tiktok ihr tiktok content ist natürlich einfach schuss ey Leute ich habe so viel für was es gibt es nicht ich muss mit die lara chillen die lara chill mit mir halt mich jung menschenskinder ich brauche jetzt die jungen ich habe in die kasse eingezahlt rente ihr kümmert euch jetzt um mich montanafleck sido mensch da krieg ich mitleid gell oder was denkst du bei ihm papa platte ist ein kleiner junge das ist ein kleiner junge der spielt am computer nur so spiele der ist ein bisschen zurückhaltend weißt du den schüchtern irgendwie zweisprachlich aufgewachsen auch die eltern englisch deutsch und auch in der sprache nicht so gewandt also jetzt nur deutsch sondern der mixt alles da hat jemand geschickt da liegt eine logitechwaffe bruder das ist so ein ding für so powerpoint präsentation was für logitechwaffe was waren die tastaturen mäuse und waffen bro was ist das für eine kombo hey hier ist unser neues mousepad unsere gaming maus und unsere glock 19 die wir rausgebracht haben